Wir sitzen hier und sprechen darüber, wie man die Bedürfnisse einer großen Familie unter einen Hut bringen kann. Aber es gibt auch viele Menschen, die zu Weihnachten allein sind. Ja, das stimmt. Falls du so jemand bist, möchte ich dir versichern, in Wirklichkeit bist du nicht allein, denn Jesus ist immer bei dir. Ich weiß, das ist nicht dasselbe, wie im Kreis anderer Menschen zu sein. Aber wenn du allein bist, kannst du vielleicht die Initiative ergreifen und andere finden, die ebenfalls allein sind. Lade andere ein, statt auf eine Einladung zu warten. Du kannst auch beispielsweise in einem Obdachlosenheim helfen. Du kannst dich mit Menschen umgeben, auch wenn du selbst keine Familie hast. Ja, das ist wichtig und ermutigend, denn es gibt so viele Menschen, für die dies eine sehr schwere Zeit ist. Ganz genau. Es gibt viele Menschen, die zu dieser Jahreszeit an Selbstmord denken. Auch wenn man krank ist, kann diese Zeit äußerst schwer sein. Für viele Menschen ist es eine freudige Zeit, aber es kann auch eine traurige sein. In jedem Fall sollte Weihnachten immer eine Zeit sein, in der wir daran denken, dass Gott uns das größte Geschenk von allen gegeben hat. Jesus. Er ist eine alt